Hallo liebe Fußballfreunde, Thema TSV Steinbach. Regionalliga Sud-West 2019-2020, zweiter Spieltag. 1. FC Saarbrücken gegen TSV Steinbach. Ergebnis 2 zu 0. Startelf, 1. FC Saarbrücken. 1. FC Saarbrücken. 2. FC Saarbrücken. 1. FC Saarbrücken. Christoph, Stütik, Eisenmann, Bender, Marbuthet, Hoffmann, Kamer, Ilan. Das war's von 1. FC Saarbrücken gegen TSV Steinbach. Mitternacht 3 Das war's von 3.